Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem Angezockter Finschurzockt und zwar diesmal mit Welkin Road. Das ganze ist von Krieger Panic und wird gepublisht von Nikidu Games Inc. Vielen Dank für den Key. Danke an den Entwickler hier für den Key und ich zeige euch das Spiel einfach mal. Es erinnert sehr stark an Mirror's Edge. Es ist von der Grafik einfacher gehalten, also es ist einfache Flächen und Formen und es ist sehr schwer. Also ich kann euch gleich sagen, ich habe es im Livestream kurz angespielt und ich bin da nicht wirklich ein Profi drin, aber ich werde es euch zeigen. Das ganze erscheint die Woche irgendwann noch auf Steam und ich zeige euch jetzt einfach, um was es geht. Hier habe ich mal gespielt, ich mache aber ein neues Spiel und wir fangen im Level 01 an. Man kann später die Level auch noch auf Zeit machen und sich somit in der Rangliste dann verbessern. Jetzt ist es halt erstmal so, dass so das Tutorial praktisch gezeigt wird und wir schauen uns da fliegen wir in die Welt ein. Wir schauen uns das einfach mal an. So sieht die Welt aus. Wir sind praktisch über den Wolken und wenn wir hier runterfallen, ist es gar nicht schlimm, denn wir werden wieder geboren, sozusagen. Ja, wir rennen einfach mal hoch. Mit Shift kann man rennen, erklärt das auch immer. Man sieht das hier, oben wird immer F1 eingeblendet und dann sagt der AWSD mit Control, Crouchen, Shift, Sprinten und Alt kann man so ganz langsam gehen. So praktisch mehr kontrolliert und in der Hocke geht man ein bisschen schneller. Man muss auch Crouchen eigentlich, um Hindernisse zu überwinden. Jetzt, ich springe hier einfach. Er würde es mir F1 auch erklären. Und hier, Crouchen wir durch. Und da rüber. So, F1. Er sagt, wenn wir in der Luft sind, sollen wir so einen Duck Jump machen, wie man es von CSGO damals kennt. Also das auch hier bei den großen Absprungen muss man praktisch die Beine einziehen, damit man weiter rennt. So, das probieren wir hier auch. Man sollte immer nicht zwei Tasten gleichzeitig drücken. Also am Anfang habe ich einen Fehler gemacht, auf der Leertaste zu bleiben für den Absprung. Und dann hat man das Problem, dass man die nächste Aktion nicht auslöst. Das wird ein Spaß. da um die Ecke rum. Hier ist jetzt diese Geschichte, wo er dann sagt, dass man mit Alt langsam gehen kann, falls man da irgendwie benenken hat, abzustürzen. Zum Beispiel so. Dann kann man sich halt hier langsamer bewegen. So, 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 so und so. Alles klar. Alles klar. Oh, ja. Das war jetzt der Fehler. Ich habe jetzt nämlich die Taste festgehalten. Man muss hier mit, er sagt es ja mit F1. Man kann Wall Right machen, wenn man die Left Shift. Wenn man die Left Shift-Taste drückt, ne? Ja. Also die linke Großschraubtaste drückt. Abspringen. Links halten. Und einfach die Wand entlang laufen. Oh, das war ein bisschen blöd. Hier sagte er auch noch, man kann praktisch aus dem Sprung heraus an die Wand springen. So, oh. Ah, das wird zu knapp. Seht ihr, das fängt schon an. So, jetzt sind wir drüben. Kurz davor. Ah ja, hat mich jetzt hier ein fairer Safe Game Punkt, muss man sagen. Oder ein Wiedereinstiegspunkt. Steuerung halten, haben wir. So, ähm, wie war das? F1. Ah ja, genau. Man kann jetzt hier einen Wall Jump machen. Man kann hier gegenspringen und nochmal die, ja genau, und nochmal die Leertaste drücken, um praktisch so ein, genau, um sich praktisch abzudrücken von der Wand. Okay, es geht weiter. Alles klar. Genau, man kann, er sagt, ähm, auch wenn man fällt, kann man noch steuern. So. Man kann praktisch noch um die Ecke steuern. Hier müssen wir um die Ecke. Das heißt, wir springen jetzt. So. Man kann praktisch in der Luft noch gegensteuern. Weil man wahrscheinlich mit dem Arm rudert oder sowas in der Art. Ich kann es nicht genau sagen. So. Und hier ist das, glaube ich, auch gewesen. Oder musste ich erst hier runter? Nee, ich glaube, ich muss einfach nur Anlauf nehmen. Genau. Es ist halt immer wichtig, dass man nicht die Tasten gleichzeitig drückt. Da habe ich mich wirklich schwer getan in dem... Uah! Im Livestream. Da wollte ich. Ähm, da habe ich mich wirklich schwer getan, weil ich halt zu viele Tasten gleichzeitig gedrückt habe. So. Äh, war das richtig? Ja. Ja, ja, ja. Genau. Nein. Oh. Und dann, äh, ist der Frust natürlich groß. Jump! Ah, das ist immer so knapp. Man denkt, man fällt vorbei, ne? Auch hier jetzt. Ah, sehr gut. Und... Immer Steuerung drücken, um die Füße einzuziehen praktisch. Gehen wir mit dem Stuhl mit. So, jetzt kommt es zum ersten Mal dazu, dass wir uns schwingen können. Man sieht hier diese, ähm, diese Strahle. Man hat, ähm, links kann man anvisieren, rechts kann man anvisieren. Ihr hört vielleicht diesen kurzen Aufladesound. Das heißt, wenn einmal ein Handschuh abgefeuert worden ist, dann muss man, äh, gucken, dass man, dass man da, ähm, den anderen Handschuh dann verwendet für den nächsten Sprung. Also, wenn es eine, eine Kombination gibt. So. Oh, ja, ja, genau. Das hatte ich im Livestream auch zu Genüge. Und hier ist es wichtig, nicht zu weit schwingen. Also, wirklich so, fast wenn er am Totpunkt ist, loslassen, damit man nach vorne beschleunigt wird. Weil sonst wird man praktisch nach oben weg beschleunigt und hat keine Weite. Und das habe ich am Anfang auch nicht kapiert. Ähm, Nebel kommt mir neu vor. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in einem Livestream durch Wolken gesprungen bin. Nein. Nein. Okay. Nochmal. So. Ja, jetzt läuft das richtig gut, muss man sagen. Im Livestream hatte ich schon viele Frustmomente. Aber das liegt halt daran, weil ich es nicht kapiert habe, wie es geht. Es werden noch Stellen kommen, wo es, äh, schwierig wird. Ähm, so, jetzt sagt er, ähm, man muss praktisch, wenn man diesen, ähm, grappling hook anhat, also diesen, diesen Strahl. Oh, ja, genau. Ähm, kann man sich noch bewegen. So. Und dann schwingen wir hier mal vor und zurück. Und vor und dann sind wir oben. Auch hier gilt, immer früher loslassen, als es vielleicht den Anschein macht. Äh, war das hier hoch? Ah. Danke. Oh, ja. Ähm, jetzt weiß ich mehr, in welche Richtung. Ich glaube, hier hoch einfach mal. So. Zack. Wunderbar. So, ähm... Okay, also er sagt halt, das mit diesem, mit dem, mit dem Schwingen, das bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Das war ziemlich schwer. So, nein. Oh, nein. Okay, nochmal. Wir sind, glaube ich, hier... Nein. Wie war denn das? Jetzt wird es wieder schwer. Das war der Punkt, da kann ich mich im Livestream erinnern, da habe ich lange für gebraucht. Also, wie bei einer Schaukel, halt immer in den Vor- und Zurück schwingen. Wir probieren es jetzt mal. Ich kann das manchmal halt schwer abschätzen, wie weit man ist. Also, ich finde, man guckt halt eher nach oben als nach unten, dann in dem Moment. Oh, das war ein bisschen früh losgelassen. So. Man muss praktisch immer ein bisschen gefühlt früher loslassen, als man es möchte. Ach, genau. Ja, genau. Da geht es darum, man kann den linken und den rechten Strahl verkürzen und verlängern. Indem man nämlich Q drückt, macht man es kürzer. Mit C und Y macht man es länger. Also, ich habe mir das schon umgelegt. Steinmäßig ist das auf die englische Tastatur ausgelegt. Das heißt, da ist ja Y und Z vertauscht. Ihr seht es ja, wenn ihr euch mit WASD steuert, guckt mal auf eure Tastatur. Dann habt ihr Q und E nach oben und C und Y unten. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, hier euch einzuhaken. Das mit, ich drücke jetzt Q, kürze den praktisch den Strahl. Und genauso auch hier. Einmal kurz springen. Okay, ich dachte, ich würde einmal kurz springen. Ja, genau. So, wir schwingen uns vor. Und zack. Okay, alles klar. Was hat er gesagt? Jump to the left or to the right of an Orb, then crumble. Achso, man soll praktisch an dem Orb vorbei springen, um praktisch so eine Kurve zu bilden. Also, zumindest mal. Oh, nein. Oh, das hätte... Ich dachte, das hätte gelangt. Blöde. Ja, nein. Okay. Aber es kann nichts passieren. Er hat ja keinen Todes-Counter. Ins Leere gegriffen. Kein Todes-Counter drin. Gut, jetzt ein bisschen Konsolation. Bisschen mehr zielen. Bisschen Konsolation. So, alles klar. Gut. Jetzt bin ich echt unsicher. Das war, glaube ich, das Gleiche. Zu kurz gesprungen. So, es gibt hier auf jeden Fall immer schwierigere Level, die man dann auch auf Zeit machen kann. Die Parcours-Sachen. Nein, 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 nein. Okay, dann mal. Ah, das ist doch blöd. Ich glaube, ich muss gegen die Wand schwingen, um dann da so ein Wallride noch zu machen. Ahem, ja, fast. Ja, das hat fast funktioniert. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das... War das auch hier mit dem Früher loslassen? Ja, hat funktioniert. So, und hier war es, glaube ich, um die Ecke schwingen. Man muss... An manchen Stellen muss man halt das wiederholen, was man am Anfang gelernt hat. Nämlich das Früher loslassen ist schon... Ist schon immens wichtig. Ich bewege mich auf meinem Studium damit. Wenn das Ganze noch ein VR wäre. Das ist kein VR-Spiel, auch wenn es vielleicht so ein bisschen so aussieht. Ah, Füße einziehen. Oh, ich fresse immer fast das Mikrofon, weil ich mich in diese Richtung bewege und so praktisch mit dem Körper mitschwinge. Und jetzt ist dieser Punkt, den ich sagte, dass man die Handschuhe unterschiedlich verwenden muss, weil die Handschuhe sich halt mit der Zeit erst aufladen und somit die Energie dann erstmal wieder aufgebaut werden muss, um sich... Ja, das hat fast funktioniert. Fast aus dem Stand rausgesprungen. Ah, da ist er. So, wie war denn das jetzt? Muss ich erstmal runter? Hä? Da komme ich doch niemals rüber. Muss ich doch da rüber? Ich muss da rüber. Ui. Manchmal denkt man, das reicht nicht, ne? Dann... Oh nein, vorbei! Oh man! Zack! Geht doch. So, das ist jetzt auch wieder mit AWSD steuern. Und zwar, ähm, hier vorbei und danach rechts steuern. Ops. Man kann also eine Luft halt noch lenken. Man macht halt so ein, so ein, ja, so eine Bananenflanke in dem Sinne, nur dass man halt springt. Wird das jetzt auch lustig? Ah, äh, äh. Schade eigentlich. Hü. Nein, nein, das langt nicht. Oh, ich hab's noch gemerkt, dass es nicht langt. Oh man, Minyas. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hätte noch greifen können. Was ist denn mit dir los? Digga, komm. Du bist doch Parcoursläufer. Oh nein. So. Oh. Und. Ah, ja. Jetzt wollte ich es mal ganz locker und easy euch zeigen, wie man es nicht macht. Und zwar am höchsten Punkt soll man loslassen, um dann hier auf dem Balken zu landen. Könnte natürlich mit alt laufen, aber die coolen Jungs rennen einfach weiter. So, noch ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht mehr, an welchem Punkt ich verzweifelt aufgehört hatte. Okay, wir gucken einfach mal. Oh. 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 So. Goodbye. Goodbye. Zuck. Nein, es war zu früh. Na gut. Jump. Ich glaube, ich muss abwarten, bis der Strahl zu sehen ist. Man hat ja so einen kleinen Sound. Okay. Nochmal. Okay. Man hat ja so einen kleinen Sound. Wenn er die Verbindung aufgebaut hat oder beziehungsweise die Verbindung aufbauen kann. Oh. Ja. Ja. Oh. Oh. Ich dachte schon. Ähm. Ja. Verkürzen. Rüberschwingen. Wutsch. Wunderbar. Und jump. Achso. Hier ist gar keine Lücke. Muss ich ja nicht rummachen. Ähm. Oh. Ich dachte schon. Rüberschwingen. So. Okay. Ähm. Ich glaube, das war wieder nur rüberspringen, oder? Ich glaube ja. Ja. Lang zweimal. Oh man. Verkürzen. Schwingen. Mal ein bisschen schwingen. Mal ein bisschen schwingen. Dann kommt es hier ein. Achso. Mit E ja. Das ist ja in der getrennten Taste, um das zu verkürzen. Ahahaha. Fast. und noch ein Versuch. Zu kurz. Und noch ein Versuch. Nein, fuck, schwierig, ich glaube, das war der Punkt, wo ich im Livestream aufgegeben hatte, weil ich dann auch zu müde war, um das Füße einziehen, danke, so, when grabbing, the longer the grabbing beam is, the more speed you will gain, for the fastest swing you try to grab the orb from as far as possible, also, um möglichst weit zu springen, müssen wir, fast, müssen wir möglichst weit den Wurs, ich habe auch den Blümelig gehört, man muss den Orb möglichst weit anfassen, genau, um hier rüber zu kommen, wunderbar. Irgendwie geht das leichter, ich komme auf jeden Fall, nein, 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 ich komme auf jeden Fall besser durch. Ähm, ja. Ah, sehr schön. Äh, alright. Äh, äh, okay, vielleicht auch nicht. Ist hier ein Dings? Ne. Nehmen wir ein bisschen Anlauf. Äh. Hä? Äh. Ah. Oh, ah, nein. Vielleicht hätte ich mich doch mit mehreren Wall Jumps, äh, irgendwie drüber retten sollen. Probieren wir uns mal anders. Nein! 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 Drüber hinweg! Okay, nochmal. Danke. Vielen Dank für die Blumen. The speed of swing depends on your velocity and position of the moment of grappling. If you're moving in the forward direction, clubbing the orb from below. If you're moving in the downward direction, clubbing the orb, you'll level with it. Fast. 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 Ähm. 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 Nochmal. The speed of a swing depends on your velocity. Also die Geschwindigkeit des Schwings von der Beschleunigung. And position of the moment. If you are moving in a forward direction, grab the orb from below. Also wenn wir uns nach vorne bewegen, dann von unten. If you are moving in a downward direction, grab the orb of your level with it. Also dann nochmal neu eingreifen, das kann nicht sein, oder? Ähm. Probe ich mal so speed aufzubauen. Äh ne, niemals. Wie soll das gehen? Ich glaube ich muss den länger greifen, damit ich mehr schwinge. Also könnte ich mir vorstellen. Ähm. Ja. Wenn nicht, gebe ich an dieser Stelle auf und lasse euch den Vortritt. Dass ihr das vielleicht hinkriegt. Ah, ich will doch mal irgendwie darüber. Hm. Das ist es halt so. Im Livestream habe ich sehr lange gebraucht, um auch diese Grundlagen, die ich dir jetzt gezeigt habe, zu erlernen. Also dass ich praktisch weiß, wann ich am besten loslassen sollte. Äh. Äh. Das ist halt so fast. Weiter nicht. So muss ich das Ding vielleicht irgendwie nochmal neu anfassen. Also, ähm, schwingen. Nein. Oh, so geht das auf jeden Fall nicht. So. Hoch. Oh. Oh, nee. Niemals. Wenn ich da loslasse, bin ich viel zu weit unten, oder? Äh. Kann ich das mal verlängern? Nee, jetzt glaube ich aber nicht, dass das verlängern, die Lesel... äh, das Rätselslösung ist. Die Leselsrötzung. Die Sleselsrötzung. Ihr wisst, was ich meine. Hm. 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 Nee. So komme ich auf jeden Fall nicht nach oben. Und ich komme auch... Naja, genau. Okay. Ich werde an dieser Stelle, äh, das Ganze stoppen. Ich kapiere es gerade nicht. Aber sieht schön aus, ne? Ähm, vielleicht muss ich mich runterstürzen und dann... Nein. Äh. Äh. Nein, es geht nicht. Naja, wie auch immer. Das ist... Ein, äh... Ja, ein Parkour-Spiel. Walking Road. Und, ähm... Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt so einen kleinen Ersteindruck... Ähm, von dem Spiel bekommen. Vielleicht kriegt ihr es besser hin. Ich weiß es nicht. Vielleicht schreibt ihr jetzt in die Kommentare, Mensch, Mina, das war doch ganz einfach gewesen. Kerl, du hättest auch nur, äh, den Grappling-Hook, äh, doppeln müssen. Und dann wärst du rübergekommen. So, dann wärst du vielleicht rübergekommen. Okay, ich hab's kapiert. Das ist halt, ähm... Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich gemacht habe. Aber... Ich hab's hinbekommen. Vielleicht kommen wir doch noch weiter. Oh. Schwierig. Und nun? So. Und wohin jetzt? Ah, okay. Okay, okay, okay. Ist ja sehr interessant. Oh, da ist das Ende. Ich glaub's ja nicht. Ähm, ich glaub's ja nicht. Sollte das das Ende sein? Sollte ich's durchschaffen? Doch noch in dem Angezocktes? Wollte ich mich gerade verabschieden. Bevor Wurstmen stehen. Soll wir nochmal abwurren. Ich mach nochmal mit der Leertaste. So. Moment mal. Ich lese mal F1. Jetzt wollte ich mich gerade verabschieden und dann hab ich's geschafft, ne? So ist es halt immer. Okay. Also, man muss hier wirklich im letzten Moment abspringen. Okay. Wir holen's nochmal. Um da noch dran zu kommen. Nee, aber komm, 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 komm. Das ist doch unfair. Ich hab doch gezielt, oder? Nein! Okay. Nochmal probieren. Es packt einen der Ehrgeiz bei diesem Spiel. Und das ist auch das Schöne, find ich. Ähm, das gehen wir beim Livestream so. Ich hatte dann irgendwann keinen Bock. Aber dann wollte ich's doch irgendwie schaffen. Also, man will doch irgendwie... Dieses Gefühl, wenn man's dann doch schafft. Und auf die Höhe. Und... Nimm mich mit! In die Weiten! So, wir haben's geschafft. Es gibt noch ein bisschen Statistiken. Die Summary. Wir haben ein Total Rank C. Da bin ich aber völlig zufrieden mit. Denn, ähm, im Livestream, muss ich sagen, hab ich's nicht durchgeschafft. Jetzt haben wir 21 Minuten 51 gebraucht. Eine Distanz von 9 Kilometern gerannt. Und, ähm, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit und, 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 und. Respawns 64. Deswegen gibt's auch so viele Abzüge. Ah! Okay. Verstehe. Also, umso weniger ihr im Level sterbt, umso besser habt ihr's. Ihr Lieben, ich hab's doch noch geschafft. Ich kann euch sogar das Ende zeigen. Ähm, das war Vulcan Road. Und, ähm, mir macht's sehr viel Spaß. Es ist, äh, auf jeden Fall fordernd. Das Spiel kommt raus. Ich hab leider noch keinen Preis. Aber ich denk mal so um die 15 bis 20 Euro wird's kosten. Ich glaub 15 bis 17 hieß es im Livestream. Da war ein Entwickler nämlich dabei. Und wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Parcours, ein bisschen, ja, Mirror's Edge, so, ja, im entferntesten, dann, äh, holt euch das. Und, ähm, Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Gibt's bei Steam. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Angezockt. Macht's gut dir dahin. Tschüss. 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 Tschüss.